und damit herzlich willkommen zu einer Folge Rocket League hier auf diesem Kanal wir spielen heute wieder diesen Rumble Spielmodus, den wir das letzte Mal auch gespielt haben da war ja ganz lustig, deswegen spielen wir ihn nochmal wir spielen auf irgendeiner komischen Aquarium-Map und äh ich würde sagen beginnen wir schon mal in die richtige Richtung, sehr richtige Richtung auch schade auch immer muss einer dran sein in der letzten Sekunde neee nein, er ist vorbei geklappt, schade da habe ich was versucht und er kommt wieder perfekt in die falsche Richtung jetzt weg damit ich aktiviere mal hier meine Kampfhandschuhe hat nicht viel gebracht, der Handschuh ja, nein, okay, schade, schade, schade die Stacheln wären jetzt gut what the hell da fliege ich ihn mal ganz kurz ein ja, ja, richtige Richtung, richtige Richtung sehr, scheiße damit habe ich nicht gerechnet mit, nein, er hat ihn eingefroren, ach schade kommt trotzdem, kommt trotzdem, ach schade, er hat ihn gerettet und da fliegt er okay, sehr schön eingefroren, das war perfekt perfektes Timing ja, ja komm, komm, irgendeiner von euch, mach rein, mach rein sehr schön, das war gut eingesetzt sehr schön, der eine gibt ihm den Ball einen Boost und der andere zieht ihn dann ins Tor, weil das war richtig gut dann würde ich sagen, wiederholen wir das Ganze gleich nochmal, bitte einfach direkt noch eins hinterherballen neue Herausforderungen, aha okay ja, weg bitte, weg mit dem Ball das war bisschen dumm, das hätte ich viel früher einsetzen sollen aber ich war zu weit weg sehr schön, sehr schön zack, bloß, er geht rein nein, ganz knapp, ich, ach man was krieg ich für eine Fähigkeit weg mit dir sehr schön sehr schön, gut gemacht zang schieß mal gleich das 3-0 und machen den Sack zu wenn man so schön sagt und entscheiden dieses Match für uns sind sie nur zu zweit sehr schön sehr schön das war richtig gut anscheinend sind sie wirklich nur zu zweit das bedeutet IZ Easy Victory wenn wir jetzt noch ein 4-0 schießen dann war's das sowieso ich bin tot, ich will aber nicht tot sein wir machen richtig Druck die sind die ganze Zeit vor dir im Tor das läuft sehr gut komm, vielleicht noch eins vielleicht noch eins oh, das ist in die falsche Richtung ah, das wollte ich nicht jetzt ist er bei uns vor dem Tor ja, sehr schön, der muss weg komm, der geht, der geht komm, komm, komm pass in die Mitte, pass in die Mitte komm, 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 okay das wollte ich nicht aber es geht auch so sehr schön da ist das Tor 4-0 ich habe noch eine Minute sehr schön okay, sie haben aufgegeben dann würde ich sagen das ging ja relativ schnell ich würde sagen wir ballern einfach noch ein zweites Match hinterher oder? würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder was ist das denn für eine Arena die ist ja riesig die ist ja gigantisch, diese Arena die ist, die ist, die ist quadratisch nee, das ist nicht sehr exaktbar ich weiß nicht ich weiß nicht, wo das ist nein oh shit ja, die ist riesig, die Arena und sieht sehr interessant aus ich habe nicht auf den Namen geachtet ja, stacheln, stacheln, sehr schön hau ihn rein, hau ihn rein wunderbar die Stacheln sind okay ja, Leute das Ganze ist ein Octagon und genau, so heißt die Map auch also, falls ihr euch immer gefragt habt wie diese Map heißt sie heißt Octagon so, jetzt wisst ihr es um unnützes Wissen Teil 5 richtige Richtung okay scheiße, falsche Richtung dankeschön nicht retten auch immer solche gefährlichen Sachen sehr schön richtige Richtung richtige Richtung nein, ich bin nicht richtig da shit da hätte jemand sein müssen von unserem Team da war doch auch jemand von unserem Team hat er nichts gemacht da bin ich wohl wieder vorbei geflogen, ne? so wie immer ne, 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 kein Gegendor das wollen wir jetzt nicht das, das, das machen wir hier nicht das machen wir hier nicht komm, wir legen mit denen ich hab den ultimativen Speedboost ja, kommt richtig kommt richtig, kommt richtig shit der hat ihn ja, dann abgefangen das war clever eingesetzt da wäre unser Team gerade fast ne Eingrück gemacht komm, komm, ja, 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 ja richtige Richtung richtig, zieh rein zieh rein, zieh rein dann mach ich's sehr schön das war doch mal was Teamwork makes the dream work die sind nur zu zweit weg mit dir nicht mit mir nicht mit mir so ein einfaches Gegendor gehen jetzt nicht ne, ne, obwohl das wieder typisch wäre für unser Glück ok, 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 ok was war das denn? haben alle gerade gleichzeitig ihre Fähigkeiten eingesetzt ich fahre mal zurück sehr schön ja eigentlich können sie ja aufgeben, ne also ich will ja nichts sagen aber es steht halt schon 3-0 na gut, vielleicht sie haben noch zweieinhalb Minuten vielleicht schießen sie ja jetzt ein Tor, mal schauen vielleicht schießen sie ja ein Tor sehr schön, richtige Richtung vielleicht schießen sie ja noch ein Tor, ne aber das wollen wir natürlich nicht hoffen auf Holz klopfen dass das nicht passiert sehr viel Fähigkeit Hot Wheel nein nein, ok gut gerettet gut gerettet die Werbe ist so riesig wir wollen jetzt hier nicht noch die Führung abgeben obwohl wir 3-0 führen und der Sack eigentlich so gut wie zu ist oh, die Stacheldinger will ich nochmal haben bitte ich mach alle kaputt komm schon alte Richtung alte Richtung oh 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 ich weiß noch wie ich in der ersten Folge wo wir das Rumble hier gespielt haben gedacht haben dass ich ausscheide ausscheide wenn ich den Ball nicht innerhalb von den nächsten paar Sekunden berühre das bestimmt auch den Spielmodus ok die kommen gefährlich nah wie das Tor da hätte ich das bisschen anders sehr schön weg oh oh die schaffen es aber auch nicht nicht diesen Ball vor unser Tor zu kriegen ne tschüss shit ich fahre hier auch irgendwo im Kreis gefühlt um schon die Stacheln bitte ja gib mir den Ball gib mir den Ball nein nein ich brauch den Ball nein ich hab ihn ich hab ihn Leute ich hab ihn diese Fähigkeit ist viel zu op viel zu op oh man komm machen wir gleich noch ein Tor steht 4-0 ja aber die haben eine das war es eigentlich also die können das jetzt nicht das war es jawohl dann würde ich sagen war es das für heute wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich einen Daumen nach oben freuen in den Kommentaren aber natürlich auch und wenn ihr es haltet würde ich mich auch sehr freuen und bis zu einer nächsten Folge Rocket League hier auf diesem Kanal ciao ãy so euer ich hab ihn und da